Hier steht Neugraben, ist links, ist schon auf der Straße, wir sind nach links. Ich dachte, das ist dieser Ort. Das ist dieser Ort, wo McLaren-Superverklänge ist. Krass, das ist doch dieser Ort. Ja, das ist eine vielbefahrende Straße, oder? Ja, da hätten wir ja gleich meine Technik, aber auch anders als die Strecke genommen. Es war richtig schön. Ja, richtig schön. Genau, genau so gefahren. Man braucht gar nicht so viel Gas. Aber man kann auch ganz leicht durchgehen und Gas geben, als sich das so anmacht. Guck mal, das ist ein Blitzer. Das ist ein Blitzer. Der Blitzer ungefähr auf dem Punkt zu haben. Das funktioniert am Blitzer. Ein wirklich richtig doll. Der Blitzer ist ein Blitzer. Ich habe gesehen, vor zwei Wochen wurde jemand gegründet, dass es genau so angeht. Und das ist sehr unschön, weil es ist für mich so ein richtig grelles Licht. Das ist ein Blitzer. Das ist ein Blitzer. Das ist ein Blitzer. Das ist ein Blitzer.